Wie kann ich die Datensätze von zwei Tabellen einfach in SQL vergleichen? Genau das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun mit dem Management Studio auf den SQL Server verbunden. Dort habe ich eine Tabelle, und zwar die Produkttabelle. Darin befinden sich in etwa 500 Datensätze. Damit ich nun das Prinzip vom Vergleich zweier Tabellen erklären kann, habe ich eine Kopie dieser Tabelle erstellt. Diese habe ich Produkt Backup genannt, und darin habe ich einige Datensätze verändert. Nun möchte ich nun mit SQL genau diese Datensätze herausfiltern. Sozusagen möchte ich nun feststellen, welche Datensätze unterscheiden sich zwischen diesen beiden Tabellen. Dazu kann ich im SQL mit dem Accept-Befehl arbeiten. Ich gebe sozusagen die Abfrage Select from der ersten Tabelle, in diesem Fall Produkt Backup, und im zweiten Abschnitt gebe ich an Select from der zweiten Tabelle. Wenn ich diese nun ausführe, sieht man, dass ich nun genau jene Datensätze erhalte, die sozusagen in dieser Produkttabelle nicht vorhanden sind. Wie ihr seht, kann man so ganz rasch und einfach Datensätze feststellen von zwei unterschiedlichen Tabellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.